Blizzard ey du bist so schlimm Ey die sollen sich alle mal verpissen mit dem scheiß Mammut Aber ich bin ja ein Magier, ich kann mich einfach dahin porten Always the same Du kann man nicht mehr sein Alter Kotz des wieder an Aber warum zeig mir dir meine Erfahrungsweise nicht an Der Face Hast du auch Pandaria gekauft? Ja natürlich Hab ich direkt wo der Wo der Vorverkauf gestartet ist gekauft Ich hab ein Mörderleck Mhhh Ist ruhig Oh mein Gott Ich seh meinen Koch-NPC nicht Ich will meinen Koch-NPC leer Ich hab Angst soll ich gleich Jo jetzt brechen die Frames ein Waaah Bist du in Sturmbind? Naja Jetzt Halbinsel Naja wobei kochen hab ich ja schon erweitert Das heißt die Daily kann ich schon mal abgeben Yeah Ich hab's aufgegeben Ich hatte ewigen Ladebildschirm Also ich geh nach Sturmbind Also drückt mir die Daumen Ja ich hab grad ewigen Lag Wahrscheinlich werd ich gleich wieder gekickt Ladebildschirm Jetzt kann ich wieder fliegen Obwohl ich Scheiße was ist da los Es ist ja verrückt ey Jetzt erstmal in Ruhe zum Kochen Trau ich mich jetzt nach Sturmbind? Trau ich mich oder trau ich mich nicht? Ich hab's gemacht aber der Ladebildschirm ist so ewig Okay dann trau ich mich Oh was? Oh alter hab ich nen fiesen Lag ey Ich bleib in teurer Rad Oh mein Gott ich kann fliegen Ich kann fliegen Puff Mein Balken bewegt sich überhaupt nicht Ich geh da Ich hab was gefunden Da ist es nur mittel Bleib ich auf Destromat Und mach mir meinen Panda Das wird wahrscheinlich auch viel besser funktionieren Ja bestimmt Hey ich muss ja nicht einloggen Ich kann ihn ja erstmal designen Ah Ich seh keine NPCs Alter Der Ladebalken bewegt sich immer noch nicht Jetzt Oh Gott ich hab ein Viertel von den Balken Buh Yeah Ich möchte aber noch zum Hyjal Oh das ging auch schnell Oh toll war Rad ist auf einmal leerer geworden Sehr leer Also ist das human Mein Ladebalken ist voll Und ich habe 8 Cent Yay Go 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 Mach es tu es wie Los schneller Ey Immer noch Ladebildschirm Ich kann nicht auf gar keinem Bild mehr einloggen Was ist das denn Komm schon Ich will nicht ausfliegen Komm schon Dam 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 Ich habe jetzt seit Minuten meine Eisblog-Animation Also ich caste immer noch meinen Eisblog Aber ich kann mich noch frei bewegen Jetzt bin ich im Eisblog Und hab Fallschaden erlitten nach 5 Minuten Super Geil Oh mein Gott Spieler sind geladen worden Ach komm schon Ladebildschirm immer noch Ich muss sagen So was muss man auch mal erlebt haben Oh nein Nein Doch echt nicht Das kam schon zu oft Also ich hab's ja Ich mein Blizzard müsste das eigentlich wissen Ja das sollte ich machen Die können die Serverauslastung auch erweitern Also die Serverkapazität Die sagen sich wofür Es reicht für die normale Spielzeit reicht es aus Alles andere wird toll Klar aber grad für sowas wie Release Die könnte es auch wieder aufringern Aber grad für Release und ganze Quatsch und Scheißzeug Noo sehen die süß aus Die Wunder sind so süß Noo Ich will einfach immer noch Ladebildschirm haben Ich weiß gar nicht was ich da nehmen soll Die sind alle so süß Oh Gott Welches Geschlecht nimmst du denn? Von den Kandauern Ich will mich auslaufen und gucken Aber ich trau mich da komm ich nicht mehr rein Ich hab's jetzt mich geworfen Mich nach Stormwind zu buchen Was ist das auch Ladebildschirm? Und das ist auch Ladebildschirm? 0% also kannst du doch nichts selbst Alter Ladebildschirm Na klasse ich kann die Angel Daily abgeben aber ich finde den Angelehrer nicht Boah scheiß doch bei der Angelehrer nicht Der gibt dir die Der Angelehrer gibt dir die Angel Daily Ne aber wenn der NPC nicht da ist Wo man die Quest abgeben kann Achso Ne ne der ist inzwischen da Der ist inzwischen da Ich kann sie auch ansprechen Aber ich seh den NPC nicht der meinen Angelskill erhöhen kann Der steht dann normalerweise auch Aber da stehen 5000 Pro Ich dachte das wäre ein und dieselbe Person Jetzt frage ich mich grad ob ich mich äh Ach Gott das ist nervig Ich hab immer noch einen Ladebildschirm ey F8 F8 Ich interagiere damit Los